Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LOL mit Manu Als Sion, als Simon Top mit mir, ich spiel Vyga Dann haben wir noch hier Sivir, einen Lucian und ja eine Diana Eure Befehle erwügen mich Schau mal einmal auf einmal, was da abgeht Ich denke ich werde da so ein wenig Support Vyga spielen mit meinem Stun Wird er als erstes hochskillen? Auch Stunnen, das gehe ich auch als erstes hochskillen, weil wir dann hell Okay Hochskill und er hat zwei Sekunden oder so, dann kann ich da auch Stunnen 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen Ja, dann ist es ja OP, wenn wir so viel Stunnen haben Wie erst hin steht, da gibt es leider nicht noch mehr Das ist nur eine kurze Strecke! Achso, du hast dich bei mir auch gerade ziemlich doof und ich glaube das liegt am TS Okay, das kann dann sein Ja, jetzt geht es wieder, jetzt hörst du dich wieder gut an Ja, das liegt dann gerade am TS, ich dachte mir schon Ja, ich habe dich jetzt halt beim TS mal gemutet Ähm Naja, bin ganz Wie ist der das Opfer? Die Vasallen sind erschienen Die Vasallen sind erschienen Tja! Kannst das nicht haben, also gibs einfach mehr Und Bestes hier Wie ne Beiger lacht so geil die magie sie ruft nach mir und victor das ist nur eine kurze strecke schlitzer afel schlitzer 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 Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Konzentriert euch Eure Befehle erhöhten mich Wenner verfehlt im Blutreich Der Savage stimmt Aua Komm zusammen Nice So gut gemacht Boah, das Schild ist so geil Oh lol, das gibt ja jetzt schon wieder viel Ich rieche den Tod Hm? Mein Skill, mein Skill Naja Ja Äh Ich mein, das gibt ja jetzt schon ziemlich Ja 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 Sie strecken! Aber ein langer Witz! Ein Verbündeter wurde getötet. Gegnerische Doppeltötung! Die Magie! Sie ruft nach mir! Schnellen Ding! Schnellen Ding! Ja, je nachdem... Leute, die sind dauernd, Mann! Ey, die macht so ein Damage, Mann! Ah, übel! Äh, du bist doch einfach! Ja, komm, Alter! Ihr wurdet getötet! Ein Gegner dominiert! Ich übel's ab, ey! Ich rieche den Tod! Konzentriert uns! Ja, ihr macht diesen! Ja, ich komme auf Flaynum gleich weiter. Schon wieder das Opfer? Was ist das für Gott? Ich bin nicht geblendet! Was hat sich nicht geblendet? Ich bin nicht geblendet! Ich bin nicht geblendet! Nein! Der Bait! Nein! LOL! Das ist ja... OMG! Fail! Ich werde dir leiden! Ich bin gleich da? Achso, du wirst nicht mehr... Alter, ich war doch draußen. Schonmal an. Ich stehe eindeutig draußen und krieg Schaden von dem 2ne Ulti. Buggy, Buggy! Naja... Naja... Oh! Eure Befehle ermüden mich! Euer Team hat einen Turm zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. Schon wieder das Opfer? Ein Gegner ist legendär. Ich kann dich Angst in eurem Herzen sehen! Da werden wir jetzt ganz machen. Mach schon. Ich bin böse! Hört auf zu lachen! Ich rieche den Turm! LOL! Der Gegner ist legendär. Der will der wird der legendär. Und macht er noch einen Kill? Oh mein Gott, der ist dann alle verrufen. Wir werden doch zusammenkommen. Ja, 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 ja! Magie! Magie! Du bist nach dir! Ein Gegner wurde getötet. Wir werden uns. Der Gegner hat den Turm zerstört. Kannst du von Top kommen? Ungegner wurde getötet. Scheiße. Der Karma ist ja richtig unterwegs. Übel. Wie weit werden wir leiden? Wie weit werden wir? Wie weit werden wir? Wie weit werden wir? Wie weit werden wir? Oh Mann. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Weg. Ja, das ist hier und das ist auch nicht so stark wie ich konnte. Das ist nur eine kurze Strecke. Das ist nur eine kurze Strecke. Das ist nur eine kurze Strecke. Aber ein langer Witz. Das ist nur eine kurze Strecke. 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 Also... Das wird schon nie interessant. Ja sicher, aber... Ich bin halt echt nur Supporter. Quasi dann... Die Magie! Die ruft nach mir! Die Schönst du... Die Pfer? Die Spinnung... Ich bin nach vorne. Das ist nur die Gegend. Die Pferde... Schon wieder das Opfer? Ich bin nach vorne. Geht gut ab die Kammer Geht gut ab die Da kommt der Da kommt der Karma, oh mein Gott, hält der LOL, was ist denn das? Boah, ich kann den noch mal stunnen Warum bist du in dein Fleisch gekommen? Ich verstehe um qualz, du Ja, ich hab erst stun Ich hab auch Oh Du Hä, du hast voller Bild Nein, Karma Nee Ja, davor war ich doch schon da Ja, aber ich hab einen Unlieg gemacht, hab mich ja nicht versucht Ich rieche den Tod Ich rieche den Tod Ich rieche den Tod Dafür nicht mal den Tod Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Witz Die Magie Sie ruft nach mir Ich rieche den Tod Vor mir zittert selbst der Tod Der Gegner hat einen Turm zerstört Ich rieche den Tod Ich rieche den Tod Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Ihr habt einen Gegner getötet Eure Befehle ermüden mich Ich habe auch ein Gegner Los Oh Ich habe die Nur期 Ich habe dann ein Gegner Ich hab mich nicht mehr verletzt Ich habe sie Merci Oh Ich werde mich also Ich habe mir schon Ich habe mich schon Ich habe mich schon Nol! Oha die macht so Schaden, das ist krass Oh man, da habe ich den 1st Lies auf deinen Modus Die kann man nicht töten, Alter Karma OP würde ich sagen Ja, auf jeden Fall Ja und ähm, keine Ahnung, war eigentlich jetzt auch nicht sehr viel zu machen Das Spiel hat sich jetzt wen gezogen und so Aber ich sag mal, wir haben uns jetzt nicht schlecht geschlagen Also habe ich sie und am Ende dann doch noch ganz okay, aber Nicht Durchsetzungsvermögens... Äh, genug In der letzten Woche Körner 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 Vielen Dank.